Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Sie wirkt heute Fortuna am 11. August 2017. Und wer hat dieses große Glück? Wer zieht diese los im heutigen Tag? Das sind die Fischengeborenen. Besonders die Fischengeborenen, die am 19. März und am 20. März Geburtstag haben. Da ist Fortuna sehr aktiv. Aber was sollen wir beachten? Weil dieses Glück ist zwar da, aber wir sollen auch bewusst wahrnehmen und auch wissen, in welchem Lebensbereich wirkt. Wo haben wir Glück? Besonders die Fischengeborenen natürlich. Die Fischengeborenen haben gerade Glück bei Veränderungen. Etwas in Bewegung setzen. Etwas verbessern oder verändern. Die Fischengeborenen haben auch Glück auf einer Reise. Aber auch bei einer Ausbildung. Also diese Reise kann auch eine innere Reise sein. Es kann auch die Spiritualität bedeuten. Neue Erkenntnisse. Und die Fischengeborenen gerade leben ihre Träume, ihre Visionen. Es ist auch eine Art Wandlung, Bewegung. Und diese Bewegung befreit gerade die Fischengeborenen. Das ist auch die Befreiung. Ich könnte teilweise auch sogar behaupten, es ist eine gewisse Sexualenergie. Also da in diesem Bereich haben die Fischengeborenen gerade auch Glück. Und die sollen die Liebe genießen. Wo haben wir noch Vorteile im heutigen Tag? Also etwas verändern, etwas verbessern, etwas in Bewegung setzen. Dann haben sie auch Glück in Finanzen. Besonders wenn das um Erbschaftsache geht. Das gilt immer noch. Die Energie ist so ähnlich wie gestern. Und es ist auch wichtig zu erkennen, bei den Fischengeborenen gerade über ihren Grenzen zu gehen. Und diese über Grenzen zu gehen, das kann auch natürlich eine Reise sein. Aber auch nicht beengt, nicht begrenzt zu fühlen. Das kann auch natürlich die Befreiung sein. Und es atmet. Und das ist gut auch für Haut. Also die Haut atmet auch. Aber nicht nur für die Haut ist gut die heutige Energie, sondern ist auch eine Heilenergie. Das war meine heutige Glücksenergie. Und wenn jemand wissen möchte, in welchem Tag bringt Glück und in welchem Lebensbereiche, das können wir berechnen. Die Kontaktdaten befinden sich unten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Tendera Susanna Medici.